Läuft schon? Ja, es läuft schon. Pass auf, pass auf. Huhu, Leute. Selber huhu, du. Ich bin als letzter dazugekommen und bin als erster Weg. Echt, eh? Huhu, Leute. Du hast was. Darius. Hallo? Wer nimmt hier auf? Mit ein paar unhöflichen Gästen. Ja, wir sind ganz schön viele, habe ich so das Gefühl. Ja, das Problem ist jetzt, man hört doch Christ seine Eltern immer. Wie die Leute, wenn ich so nicht höre. Da musst du sich halt muten. Ich muss mal hier so... Mach mal lieber meine Musik aus. Warum habe ich denn hier alles auf Very High? Das geht doch nicht. Alles habe ich auch. Ja, aber ich habe durch die Aufnahme... Die FPS möchte ich ein bisschen in den Griff kriegen. Ein Cover wäre nice. Uch. Sollen wir uns die Go-Lames holen? Dürfen wir das? Klar dürfen wir. Die Spawn, bis er wieder da ist. Boah, meine Frames, die machen auch, was sie wollen. Grad 60, jetzt 40. Beschwer dich nicht. Ich habe ohne Fraps 20 FPS. Das ist nicht mein Problem. Ich habe 96 und alles auf Super High. Ja, wenn ich mal Fraps nicht laufen habe, habe ich das auch. Wer ist da jetzt gekommen? Ja, das weiß man das noch. Oh, ich habe wieder Toni. Ach, hi Toni. Willkommen im eigenen Let's Play. Hi. Ja. Toni, dein Star ist online. Ja, ist das. Falls du das noch nie gesehen hast. Der Toni hat jetzt einen Tropfen in der Hose. Oh. Scheiße. Ey, wenn da jetzt ein Krankenwagen kommen muss. Das hat jetzt Flasher-Woo nicht wirklich aufgenommen, ne? Ne, ich nicht. Ne, ich nehme auch. Er nicht, er nicht. Das ist eine LP, aber. Oh. Guck mal im Gebusch, bitte. Na, reich. Oh, ne. Ne, da sind sie nicht. Guck mal, der Grazy kommt von da oben. Ich habe mit Garen noch nie. Ich habe mit Garen noch nie gemacht. Du bist top gespielt. Erwartet nicht zu viel. Naja, wenn es bremslich wird, einfach immer wieder nach hinten und recken. Ah, klar. Tower. Der hat voll viel Magic. Pull dir den lastet. Der geht fast. Oh, schade weg. Ich habe gerade. Sorry. Du hast gerade sorry. Haben die denn für einen Support? Ach, Cillian. Ja, ich frage mich nur gerade, wo ist der? Ich rede da im Gebusch. Der wird gegenüber von mir sein. Into the Bashes. Oh, come on. Katus ist mutig. Er hält sich an seinem Turm auf. So wie die vorhin. Boah, die sind mutig, die stehen in ihrer Base. Ja, und haben den tollen Jori-Ampfecht und gehindert. Ja, mit mindestens 5000 Ultis. Naja, so viele, ne? Das größere E-Leona-Ulti-Beimpern. Einfach mal Ulti-Hin gemacht. Obwohl da gar keiner war. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, ich bin schon wieder auf dem Monat. Ego, ich bin schon wieder. Ego, ich läuft da hin. Jona gibt Ulti, aber voll daneben. So geil, du musst da auch mal ein Schild in der Nieren laufen. Ich mach dir mehr Schaden. Mwahaha. Du wirst auch mehr Adi als der. Ich weiß. Ja, weil das ist nur, weil ich als Blue-Buff genervt wurde. Ich hab kein Blue-Buff. Nicht? Ne. Achso. Ich hab ein Problem. Was ist das denn für ein Idiot? Das weiß ich auch nicht. Das war ja mal sehr episch. Der dachte, er sei mir hier, könnte ihn noch retten. Das war ja sehr episch. Blasch an den Tor. Ja, der hat sich noch geflashert, aber mit Auto-Attack ist ihm hinterhergeflogen. Oh ja, slow mich doch. Ich hab ja gar kein Heal, lol. Ich wollte grad schon meinen Heal zünden, um dich zu heilen. Wieso hast du nicht Heal geskillt? Ja, nein, ich mein, ich hab... Oh, weg hier, weg hier. Nuno kommt. Summoner-Heal, mein ich. Ach so. Ich hab... Okay, ich mach Darius. Das ist schön. Wir haben hier grad die Bottom gefickt. Ja. Oso, was darf man gar nicht sagen? Gott. Jetzt muss deine Replay leider, leider ab 18 sein. Ja. Also Leute, hört mal kurz weg. So spät sind eh schon 13-, äh, 13- und 12-Jährige im Let's Play. Ja. Na, die 13- und 14-Jährigen, die wissen wahrscheinlich eh schon mehr als wir. Oh ja. Mehr. Keine bessere Seiten als wir. Heutzutage. Echt, meinste? Ja. Der hat den Busch gewordet. Der hat den Busch gewordet, ne? Wo hat er gewordet? Ja, da im Busch irgendwo. Da hat er ein Wort stehen? Ja, da hat er grad ein Wort reingestellt. Lol, wir hatten meinem Kato so viel Leben ab. Annimm du dir das Gold. Ey, danke. Ich glaub das hast du, oder? Oder er hat die Geister gemacht. Rein? Ne, weil er wundert mich gerade. So viel heigt dem eigentlich ein. Ich bin ja auch. Oh, der kann auch unsere Wards zerstören, wenn er will. So ne Kacke. Warum bleib ich jetzt hier im Gebüsch? Weil der auch Unsichtbarkeits-Wards mit hat. Sogar ein. Sogar ein. Oh, das war süß. Nein. Doch, das muss auch für YouTube. Ähm, Kartos Level 6 aufpassen. Oha. Ach, komm schon. Ich werd natürlich erst Level 6, wenn ich sterbe. Oh, cool. Ha, ich hab das First Blood gemacht. Du pusht ganz schön, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Ja, gut. Wie viel Lastsatz hat der gegnerische Graves? Der hat 29. Boah, dann hab ich ja ein paar mehr. Ja, wie viel ich hab, sehe ich oben rechts. Aber danke. Nein, nein. Du hast die, also, nur nebenbei Nulu ist erst Level 4. Kartos SS. Jaja, der ist hier eben unten rumgegimpt. Ja, der ist jetzt eh noch gestorben. Der ist eben hier unten rum? Der war vor einer halben Stunde hier unten. Hau ab, du Mumia. Das ist eben. Machst du ja mit der Svenja rum. Wer macht mit mir rum? Ja, ja, die Mumia. Was? Der wisst schon, was hier mal hinsetzt. Achso. Das wüsste ich immer. Ich auch. Ach man. Was? Das ist ein Rollenspiel zwischen ihr und ihm. Das musst du nicht verstehen. Ja, das musst du nicht verstehen. Wer ist die kleine Schwester? Das ist ein Männer-Ding. Ja. Ja auch. Hä? Du saß mit mir gesternst. Oh, das muss auf YouTube. Ey. Nulu, du bist ohne. Egal, egal ob wir verlieren, Nulu. Mercatus ist immer noch weg. Ich bin schon echt ein harter Pro. Hat ja. Das war ein Mega-Fay vom Graves. Warte, und du? Ja. Ich hab eigentlich keinen... Gut, dann bin ich schon. Ja, wenn du da bist, okay. Boom. Ja, warte. Nee, kannst du ruhig nicht. Ich verschwende mal ein bisschen meinen Mana, wenn das noch anders. Und was macht er denn jetzt? Boah, ich dachte schon. Darius ist jetzt wieder da. Was soll er denn auch tun? Hallo, der wär sowas von tot, wenn der hier rein darf. Nein, kein Mana für mein Ultim. No. Oh oh. Oh oh. Ja, unten ist ein Yeti. Boah. 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 Nein, ich werde sterben. Nein, Svenja. Was ist los? Äh. Doch. So, Nunu war unten. Ja. Ach, grad schon. Und dann kamen alle Ultis. Ja. Ich komm mal grad hoch. Und du hast leider kein Mana mehr. Ja. Darum soll man ja auch nicht sein Mana einfach so alle schießen. Du sagst doch, ich schieß mal meine Mana alle. Ja, weil das Spaß macht. Okay. Soll ich schon rauf? Jo. Bin wieder da. Ich komm dann mal wieder. Versuch mal die vom Weggehen abzuhalten. Ich würd den Gravesy-Baevesy haben. Ich würd den Backgab selber keinen Mana mehr. Ach so. Wenn du Farben willst, gell. Ja. Ja. Nehme ich noch die zwei hier mit. Und dann... Was? Witzig haben die eh nicht viel. Ich will da nicht mehr schön meine... Boots kaufen soll. Silian, keine Ahnung wo der ist. Auch hier. Hi. Oh, jetzt ist der Level 6. Och, nö. Hey. Hey, wieso ist das nicht schon Level 8? Der hat nen Kill. Silian ist passiver. SS Bottom. Hier fehlen grad zwei. Silian ist Richtung Mitte gegangen. Aber ich weiß nicht, der geht vielleicht auch weg. Silian ist passiver, deswegen. Der wird ja schneller. Ja. Ja, stimmt. Siehste, genau. Klar. Ah, deshalb ist der grade erst Level 6 geworden. Natürlich. Ob es Mist. Boah, was mach ich das jetzt so? Ähm. Da ist nen Yeti. Wollen wir den grad holen? Wo? Ach so, klar. Meinetwegen. Ob es wieder da... Oh, Mist. Wie nach dieser Dreckslager. Gut, ich mach den mit einem Auto-Tag-Roll. Der hat grad sein Ulti auf die Minions gemacht, das hab ich ja auch noch nie gesehen. Scheiße. Das hab ich ja noch nie gesehen. Das, das ist die neue, vielleicht, ne? Okay. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Darius hat im Busch gewordet. Oh, das hat er sich von mir abgeguckt, wette ich. Das hat er vorher nicht gemacht. Hehehe. Hat er mich ignited und... ... warum auch immer. Hast du nen Word für den Busch? Dann spielt ihr eigentlich grad zu 5, also seid ihr grad 5 oder? Ja, ja, wir sind 5. Nein, wir sind 6. Dann sind wir ja 7. Genau. Wir haben nen zweiten Genre, aber pscht. Äh, ja, wie gesagt, da drin ist wa dat. Ach. Hier ist n Word dran, so ne Kacke. Bärsch raus. Danke. Lass dich nicht in den Tower ziehen. Was? Nicht von dem. Ich muss mal besser grad die Minimap im Auge behalten, wenn der Nuno wieder ankommt. Weil das hab ich grad echt verpeilt. Weil das hab ich grad echt verpeilt. Meine Wards sind grad abgelaufen. Äh, Bot geworden? Gute Frage, keine Ahnung. Ähm, ne, ich glaube nicht. Da kommt Nuno. Und geht wieder. Mal wieder einkaufen, oder? Ja doch. Ich glaub, die haben hier kein Wort stehen unten. Höchstens in unserem Gebüsch hier. Hast du noch einen mit? Ja. Kannst du den in das Dreiecke bestellen? Was machst du denn da? Könnt ihr den da aufhören zu pushen? Oh oh. Äh, Flasher? Was denn? Was denn? Wo sinds du denn hin? Ja, ich dachte, ich wusste nicht, warum du da so alleine da hinten rumstehst. Ich wollt mal hier ein Go machen auf irgendwas. Aber jetzt bin ich fast kaputt. Lol. Was ist das denn für ein Idiot? Ich weiß nicht. Der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du den so niederburstest. Äh, ich hab nur zwei Autotext oder so auf den gemacht. Und deine Ulti, oder? Ja. Ja, die hat ihn ja letztendlich getötet. Weil der ja noch geflasht ist. Mein Kartus ist immer noch Mist. Irgendwas hat eben wieder Quieke gemacht. Also, ich meine, er ist weg. Was hat was gemacht? Irgendwas hat eben gequiecht. Ich hab nicht mal nen Assist bekommen. So ne Kacke. Ja du, da kann ich jetzt auch nichts für, sorry. Was wollte... Irgendwer wollte doch grad was von mir. Ja, ich. Mach. Ach. Ich hab mich verklickt. Was wolltest du denn wissen? Äh. Äh. Deinen echten Namen. Also. Achso ich heiß... Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaub Dennis. Dennis! Verdammt! Dennis wär auch nice. Ich heiß Paddy. Paddy. Ja. Äh. Du hast gesehen, dass der Nunu Top ist? Ach. Ja. Hab ich gesehen. Ich hab mich grad verklickt. So ne Scheiße... Ja hier ist auch gleich Kackenung. Pferde. Komm Kathos. Was machen wir eigentlich grad eben? Achso wenn ich... Wenn ich mir mal einfach so denke. OP Darius. Hey cool ich hab schon 101 Minions. 101 Talmatina hast du. Nee. Das nicht. Der Grace muss mal sterben. Der lag die ganze Zeit so rum. Der ist immer so low und dann ist auch der nicht so low. Ich bin... Man nennt mich auch Cruella de Veux. Cruella de Veux. Der hat eigentlich nen Ulti. Der fast dort. Oh. Noch Nassist bekommen. Das war mir der Flash. Warte. Hier. Ritt. Boah. Ich hab gar nichts. Keinem anderen nichts. Wie konnte denn der... Wie konnte denn der da gerade raus? Der hat seine ollen Crews da. Seine wat? Der hat seine Merkur. Schau so. Achso. Ok. Deswegen kann er früher weglaufen. Flasht. Aber was das so heftig ist... Äh. Meikato ist doch schon wieder weg. Der nimmt mir ne für voll. Boah. Epic. Epic. Oha. Oha. Jetzt weg von mir. Alter, als ob du davon sterben würdest. Ja und? Ich muss nicht... Ich muss nicht... Unnötig Schaden kassieren. Nein. Ich bin noch weg von dir. Ich geh hier schon. Ich geh mal zurück. Das zweite Gold Item kaufen. Pass auf. Ich geh mal zurück. KDU kaufen. Oh Gott. Ist der schon wieder halbtot? Geil. Lol. Der holt sich erst mal einen Wiggles, weil der nicht lasten kann. Äh. Da hier ist das übrigens Mist. Oder? Nein. Jetzt wieder. Einmal hab ich doch. Di Di. So. Auf geht's. KDU am Start, oder was? Ja. Hast du ein Vision Ward? Boah. Du hast gar keinen. Komm schon. Aber die Gegner stellen noch keine Wards auf. Von daher brauche ich noch keinen. Ach. Da steht einer. Ich hab' kein Schild. 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 Ich weiß, der wird ununterstanden gespammt. Der wird immer zuge-spammt. Der ist voll mit Spam, notgeilen, perversen, asozialen. Ja, genau. Lauter Leute, die denken, die sind Nazis und Hitler schreiben uns. Ja, hatten wir alles schon. Letztes auf unserer Schule habe ich immer den Adolf Hitler-Zon rausgegeben, ey. Ja, wenn man braucht. Ich guck mir halt eben das Spiel an. Das macht natürlich auch so viel Sinn, weil er dann bestimmt noch zur Schule geht. Aber der Chat ist dafür immer lustig. Und das finde ich gut. Ich finde teilweise doch ein bisschen nervig. Darum, darum... Wenn man so viel auf einmal macht. Das ist immer lustig, so um ein Uhr morgens, wenn es dann... Ja, darum mache ich doch keine... ...und wie immerhin Themen geht. Problem ist ja, guck mal, es gibt die ganze Zeit nur zwei Leute, die sich gleich fliegen. Ja, es geht. Ja, es gibt immer noch Vollidionen. Ich sehe ihn, ey. Alter, das Ulti von... Ah! Hilf mir! Oh Gott. Oh fuck, ich habe mir ja keine Wards mitgenommen. Kommt da auf einmal so ein Nunu von hinten an. Mhm. Aber ich mache da keine Regeln im Chat. Ich finde es da immer cool und lustig. Von daher können ruhig alle schreiben, was sie wollen. Aber das ist gar nicht gestern unser Trick-Serien-Spezial. Dessure, kann ich auch gleich mal mitmachen? Dass ich 300 Wins habe? Ähm, naja, die Regel bei mir ist eigentlich 500 Wins. Ja. Ja. Obwohl man ja sagen muss, dass ja... Bitte, 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 bitte. Ja, ja. Was ist wohl denn hier? Wenn ihr es nur an Ausnahme oder sie persönlich kennt. Ja. Naja. Aber voll gut, ey. Davon habe ich gerade ja auch nicht geredet. Nein, nein. Na ja gut, wer mit mir Sex hat, darf auch vorher. Was? Ach, Chris hat mich bedroht. Willst du hier zu... Oh, ich muss jetzt mal die Tänke animieren oder was? Ja, ich sehe nichts. Jetzt wiss ich, wie er als Nautilus mit in die Tank-Runde konnte. Mein Kater ist weg. Ich freue mich ja gerade, dass es nicht bei mir leckt. Und, mhm, fuck. Jetzt bin ich tot. Daio in Mitte, du bist gefickt ein bisschen, glaube ich. Sorry, wenn ich das so sage. Mir wird immer nach deren Tower so angezeigt, dass der mich attackiert. Nö. Kannst du kurz alleine hier halten? Ja. Dann gehe ich kurz weg. Lass mich raten, ich habe einfach bloß mangt dem ganzen Quatsch und ich gehört, dass du gesagt hast, dass dein Dank ausweck ist, stimmt. Da ist Nuno in der Mitte. Fuck. Äh, ja, Amuna, magst du in die Mitte kommen? Ich bin auch nicht zerruft, du auch so. Denn hab ich so nie anders verziehen. Jetzt reden alle gerade durcheinander. Also, ich weiß nicht, wer gerade was gesagt hat. Wollt ihr es nicht vorhin noch, dass alle durchgegangen sind? Bäm, was ein Ulti. Nice Kai. Boah, Epic Nuno, der Wett. Geht so, ne? Huch, wo lauf ich denn lang? Tötet ihn. Juhu. Du hast ihn totgeheult. Ja. Er ist ertrunken in meinen Bremen. Ja. Der Graves ist irgendwie nicht so geil, ne? Der hat 5 AP. Ich frag mich, wo er die her hat. Der ist nicht geil. Bei den Masteries, wenn du deinen Ignite auf Cooldown hast. Ignite Cooldown hast. Wo hat er denn seine Ignite gemacht? Warum skillt der das dann überhaupt? Oh Gott. Der macht jetzt Ignite auf den Arsch. Der soll mal weggehen. Ich freu mich nicht, ich hab einen Haltrang mit. Vielleicht hat er Ignite einfach auf den Minion gesetzt, damit er die 5 AD... Ja, aber wenn ich als AD-Carry spiele, skill ich Ignite erst gar nicht. Dann rufe ich den Punkt lieber woanders rein. Also man kann ja Ignite mitnehmen, aber dann in den Meisterschaften nicht verbessern. Oder das bringt ja überhaupt nichts. Na doch, was soll ich doch finden schon für die 5 AD? Aber gut. Lol. Was ist das denn für ein Schaden? Wo kommt der denn her? Wenn ich meine Ulti zünde und mein Schild und dann kriegst du von mir voll viel AD und AP. Äh, AD meine ich, ja. Komm her, Kaktos. Kaktos, der ist nüchst. Der ist ja langweilig. Äh, der ist ein Easy Snack. Kannst du ein Ward stellen? Ja. Sehr schön. Das wär mir ganz lieb. Ja, viel zu oft. Ich tanz mal kurz. So, ich bin wieder da. Äh, ja, ich hätte jetzt sonst ein Easy Snack. Oh, da ist Nunu, Leute. Genau da, wo ich grad guck, steht da auch der Nunu im Gebüsch, ey. Deshalb sag ich ja Stellenward, weil ich wusste, dass der wieder kommt. Welche Momente kennt ich? Warte mal, ich kicke mal. Ja, 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 genau. Wie vorhin mit den Cleverins die ganze Zeit. Ja, ich komm mal zum Drachen mit hin. Können wir gleich mal drauf machen. Da kommen welche hoch. Warte mal. Ja, da sind sie. Oh. Ich leh nichts. Ich schmeiß einfach mal irgendwo hin. Die sollen die Hedden-Wood-Fot schauen. Die kommen nicht mehr weg, weil ich Fros-Toma hab. Dein Kater ist schon wieder weg. Oh, da ist noch ein Darius. Ja, hier sind ziemlich viele. Oh, gut. Dein Kater ist schon wieder weg. Ah, ne, okay. Achtung, da ist ein Darius hinter uns. Komm her, ich lecki. Mach die tot, mach die tot. Der kann nix. Meins. Komm, wir machen drüber. Meins, meins, meins. Meins, meins. Kann mich einer heilen? Ich blute. Nein, 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 noch. Schnell, 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 schnell. Epic, epic, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kam genau in der Sonne. Das kam mit meinem Heal vom Cooldown. Richtig gut. Das kann doch nicht wahr sein. Warum gehen wir das raus? Ja, langweilig, ne? Weil ihr immer kennt mich gefiegelt habt. Wir haben die Bottom-Lane ziemlich gefistet, würde ich sagen. Ich habe jetzt ziemlich kaputt gemacht, Amu. Dann tschau, Leute.